Zeit runterspielen, da kommt Musche, dann soll der wieder zurück, Gisli Christianson kommt, wo ist der Camper-Trick, wo ist der Camper-Trick, der ist nicht da, aber Gisli Christianson wirft Magdeburg zum Sieg, mit 29 zu 28 gewinnt der SCM und hat jetzt auch große Chancen, diese Gruppenphase auf Platz 1 zu beenden.